Irischer Setter, Hunderasse. Die 10 wichtigsten Fakten. Heute dreht sich alles um den irischen Setter. Ich habe für dich die wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den irischen Setter vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der irische Setter ist eine elegante und energiegeladene Hunderasse, die ihren Ursprung in Irland hat. Sie wurden ursprünglich als Jagdhunde für die Vogeljagd gezüchtet und sind für ihre Geschwindigkeit, Ausdauer und ihren freundlichen Charakter bekannt. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des irischen Setters Der irische Setter entstand im 18. Jahrhundert in Irland durch die Kreuzung von verschiedenen Pointer- und Setterrassen. Die Rasse wurde entwickelt, um Vögel aufzustöbern und vorzustehen, sodass der Jäger sie leichter aufscheuchen und erledigen konnte. Der irische Setter ist bekannt für seine beeindruckende rote Fellfarbe, die ein markantes Merkmal dieser Rasse ist. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Der irische Setter ist ein freundlicher, verspielter und intelligenter Hund. Sie sind sehr menschenbezogen und kommen gut mit Kindern und anderen Hunden zurecht. Die Rasse ist bekannt für ihre hohe Energie und Lebensfreude. Sie benötigen eine konsequente und liebevolle Erziehung, um ihren Enthusiasmus in die richtigen Bahnen zu lenken. Mit ausreichender Sozialisierung entwickeln sie sich zu fröhlichen und ausgeglichenen Begleitern. Passt der irische Setter zu mir? Der irische Setter ist ein aktiver Hund, der sich gut für Menschen eignet, die gern viel Zeit im Freien verbringen. Sie benötigen viel Bewegung und geistige Auslastung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Die Rasse eignet sich gut für sportliche Menschen und kann auch ein guter Begleiter für Joggen, Radfahren oder Wandern sein. Wenn du einen irischen Setter in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 800 bis 1800 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen irischen Setter? Erziehung und Entwicklung des Welpen Irische Setter sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Da sie sehr energiegeladen sind, ist es wichtig, sie schon früh an Leinenführung und Grundkommandos zu gewöhnen. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Wie viel Beschäftigung braucht der irische Setter? Der irische Setter benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Lange Spaziergänge, Wanderungen oder sportliche Aktivitäten sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern und zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des irischen Setters erfordert regelmäßiges Bürsten, um abgestorbene Haare zu entfernen und Verfilzungen zu verhindern. Aufgrund ihres langen und seidigen Fells sollten sie etwa zwei bis dreimal pro Woche gebürstet werden. Achten Sie darauf, Ohren, Augen und Krallen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Irische Setter können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, progressive Retinaatropie, PRA, Epilepsie und bestimmte Herzerkrankungen. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Der irische Setter ist eine vielseitige Rasse, die sowohl als Jagdhund als auch als Familienhund eingesetzt werden kann. Dank ihrer Geschwindigkeit und Ausdauer sind sie auch gute Begleiter für sportliche Aktivitäten und können in Hundesportarten wie Agility, Obedience oder Flyball eingesetzt werden. Die Rasse hat im Laufe der Jahre viele prominente Bewunderer gehabt, darunter auch der irische Schriftsteller James Joyce, der in seinem Werk Ulysses einen irischen Setter erwähnte. Darüber hinaus sind irische Setter auch für ihre Fähigkeit, in Hundeshows erfolgreich abzuschneiden, bekannt und haben viele Preise und Auszeichnungen gewonnen. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum irischen Setter. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hundefantastisch.